...steht, geht die Konzentration runter, die Weifentemperatur, die innere Temperatur, die Kerntemperatur... ...und sie müssen dann erst wieder aufbauen. Das ist hier schon eine kleine Spur, die etwas grauer, hellgrauer wird, das heißt, da ist ein bisschen mehr Grip. Also das heißt, die Kollegen fangen auch jetzt mal an, da auf dieser Spur ein bisschen Ideallinie zu fahren. Und wenn man da einen Reifen drauf hat, dann hat man am gleichen ganz ein anderes Gefühl auch. sowas weiter in WINB Hochs Reichen, immer glatt, Vorsicht hier, hochreairch, immer glatt, alter Dauer, ein bisschen mehr Abstand zwischen den Fahrzeugen, zeich das Fahrzeug ein bisschen mehr bitte. Sehr schön, Platz konzentriert, ganz fein am Lenkrad ziehen hier. Da muss man ein bisschen vorknacken lassen. Und dann bremsen, Heuchel werden und, und jetzt mit Gas, und dann haben wir ein bisschen. Kleine Info, G3 fährt das jetzt auch mit Lüpfel, nicht mehr bremsen, nur noch Lüpfel. Jawohl, voll. Und dann ganz hart am Bremsen, ganz degressiv, fein die Kurve opfern, dass man hier dann früh sauber rauskommt und schön am Stempel stehen kommt. Ja. 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 Rauschen Sie jetzt! Wir sind ein bisschen rutschig, waren jetzt auf der IA-Linie. Sie sind ein bisschen rutschig, wir sind nach außen. Wir haben noch ein bisschen mehr getrauen, dann. Die IA-Linie ist noch rutschig, Bergwerk. Auch hier gerade gecheckt, die IA-Linie ist noch rutschig, Bergwerk. Dann haben wir die IA-Linie nochmal. Richtig rein! Wir sehen uns, dass die IA-Linie ist noch rutschig, wenn wir die IA-Linie nach Hause gehen, sie werden uns in den letzten Jahren wieder auf der IA-Linie gefunden. Wir sehen uns, dass die IA-Linie da oben scheinen, und die IA-Linie ist noch nicht geredet. Aber Schatz springen wir uns. Schatz, blusschig. Ich bin dann ein bisschen rutschig, aber ich bin dann ein bisschen besser aus. Bei der IA-Linie ist schon. Das war die IA-Linie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020